Schnappen wir uns doch mal. Ja, die Spinne. Gleich weg. Du kannst schon gegen Giften, aber du hast kein Zauberpunkt. Okay, dann trink du mal. Ganz schnell das da. Du zerschmetterst die Spinne, du haust die Spinne, du haust die Spinne. Hier will mich echt ärgern, ne? Okay. Erst das Double Ding töten. Dann dich entgiften und dann, ja. Ein paar Würfe. Da sollte ich erstmal nochmal zum Brunnen. Und es gab auch noch einen zweiten Brunnen hier vorne. Aber ich glaube, der ist noch nicht freigeräumt. Der war da hinten ungefähr. Werde bestimmt noch irgendwas vorher töten müssen. Ha, doch. Sehr schön. Was wir auch testen müssen bei den Brunnen. Bei den Brunnen. Bei den Brunnen ist das... Okay. Sie schützen schon mal nicht vor Müdigkeit. Das hätten wir jetzt getestet. Was wir noch testen müssen, ist, was sie mit Gift anstellen. Und anderen Zustandsveränderungen. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Wölfen. Verbrutzeln da. Unser ganzes Mal, ne? Jo. Und dann schlafen wir. Also... Du... Da haben wir noch keine Abos, ne? Nö. Du, mach Schade. Warum kannst du kein Feuerball schmeißen? Im Kreis von vier. Eins, zwei, drei... Ja, okay. Sehr komisch das Ganze. Aber dann halt so. Wir wollen nicht tackern, tackern. Genau. Feuer und Eis und Pfeil. So, du... Schieß auf den. Schieß, Schütz, Schütz. Feuer, Eis... Hauen, Hauen. Hauen, 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 Hauen. Hauen, 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 Hauen. Äh... Kannst du nicht schräg gehen? Ich wollte hier im Nahkampf kaputt hauen und würde die ganze Zaun gut verbraten. Das klappt übrigens aber erstaunlich gut. Selbst wenn die müde sind. Und... noch zu kämpfen. Äh... Tiric hat schon seit über 21 Stunden keine Rasten mehr eingelegt. Ihr solltet bald rasten, um ihn vor Schwäche und Verwirrtheit zu schützen. Ah... Okay. Also müde sein ist wohl gar nicht wirklich schlimm. Nur die nachfolgenden Effekte sind halt schlimm. Kann ich leben. Vor allem wenn alle einen Stufenaufstieg bekommen. So... Du... Du warst unser... Ich muss alles können, ne? Vitalität... Wahrnehmung... Macht... Obwohl wollten die beiden gleich haben und den hier mal steigern, ne? So um den Dreh... Ja, das müssen wir eben echt im Auge halten. Also gerade Wahrnehmung ist doch ziemlich wichtig. Wegen dem Treffen. Weil was bringt Spott, wenn von dem Spott nicht getroffen wird, ne? Du ziehst mir die Sandalen an. Du... Hast genug Vitalität. 1, 2, 1, 2. Du... Hast genug Vitalität. 1, 2, 1, 2. Du... Genau das gleiche. Bestätigen. So... Du hast übrigens den Skill schwere Rüstung, aber du hast keine schwere Rüstung bekommen. Das ist, glaube ich, auch eine Änderung. Vorher war es jetzt so, dass die Skills, die man am Anfang ausgewählt hat, da kriegt man gleich einen Ausrüstungsgegenstand für. Hier anscheinend nicht. Aber gut... Du... Wie viel Mana hast du? 50. Wie teuer ist das da? 25. Das geht genau auf. Sehr gut. Hm... Ich denke mal, er sollte jetzt schon schwere Rüstung bekommen, damit, wenn er eine schwere Rüstung findet, sie nicht behindert, damit er noch weniger trifft, ne? Äh... Lichtmagie... Er soll auch später heilen können, ne? Also nicht so stark wie sie mit ihrer Generation, aber so ein bisschen wenigstens. Äh... Ich hätte keinen Paladin nehmen sollen. Der muss wirklich alles können. Rüstung... Schwert... Äh... Oh, das steigert Mana um Prozentpunkte, nicht um feste Punkte. Das ist praktisch. Aber hier falsch deklariert. Euer maximales Mana steigert sich um 2 pro Fähigkeitsstufe. Steigert das maximale Mana um 2% pro Stufe. Ja, okay. Das müsste noch gefixt werden. Ähm... Ähm... Schild... Und... Das war's. Und das wird jedes Mal ein Kampf bei Minipunkteverteilung. Wir brauchen unbedingt später Gegenstände, die ihm Skillpunkte geben. Also so eine permanenten Dinger wie dieser Kraftdrank. Und Hufeisen, das kriegt alles eher. Und so du... Feuer, Feuer, Feuer. So muss ne Stufehaftig sein. Du... Erde, Erde... Magisch der Foki später. Erde... So... Bestätigen. Und du Luft, Luft, Luft. Äh... Jo... Luft, Luft, Luft. Kannste Experte werden. Bestätigen. So... Hat der Baum sich denn grad bewegt? Sag kurz so aus. Und was machst du? Dieser Wegweiser steht schon seit Monaten hier. Wind und Regen haben ihn größtenteils unleserlich gemacht. Nach Berichten über Hexenkünste, schwarze Magie und Nekromanten ist die Gegend aktuell Untersuchungsgebiet der Heiligen Inquisition. E. Her? Okay. Derrick... Derrick badet nicht. So, schießen. Also Saladin hat grad munkiert, dass irgendjemand hier riecht. Auch wenn es wahrscheinlich der Hund ist. Aber na gut. So... Taka... Nix. Feuer. Schutz. Und... Komm her. Du. Hau. Feuer. Eis. Brützel. Wow. Okay. Ähm... Mana-Sauger. Jeder erfolgreiche Versuch verhindert das Mana des Ziels um 25. Okay. Und das ist ein wenig stärker geworden. Kommt mir so vor. Das zieht nicht nur Mana ab. Übel, übel. Aber hey. Mittlerer Mana trank. So. Wir legen die Blumen ab. More Glory. Wir haben Blumen abgelegt. Wir sind keine Gegner. Und du nahmst Buffs weg. Richtig? Genau. Die Gruppe fühlt sich gesegnet. Positive Buffs wurden entfernt. Haaaah. Ja, wobei... Vielleicht nimmt das Ding ja Gift ab. Also Gift, Verwirrung, was auch immer. Das nimmt das da weg. Und die anderen geben halt positive Buffs hinzu. Also das Ding halt echt nur nicht benutzen wie wir jetzt, wenn man gebufft ist und keine negativen hat. Aber ja. Alles... Innerhalb der Lernphase. So. Schlafen wollten wir. Schlafen. Acht Stunden gerastet. Ja, Talana. Verarscht uns mal wieder. So. Hier ist der fahrende Händler. Hier konnten wir ein, zwei nette Sachen kaufen. War aber ziemlich teuer. Und wir haben nicht so wirklich viel Gold. Wollen wir jetzt mal nicht hier auf der Insel. Wo. Ähm. Okay. Das war gemein. Feuer. Eis. Weg mit dir. Zerschmettern. Feuereis. Weg mit dir. Zerschmettern. Feuer. Warte mal. 23 bis 39. Ja. Macht jetzt definitiv mehr Schaden. Okay. Und das Festwurzel hätten wir wohl machen sollen, dass sie noch ein bisschen weiter weg waren. Oh. Können wir es jetzt wegschubsen? Talana. Schubs mal. Festgewurzelt und die Wurzeln mit weggeschoben. So. Du. Schmetter. Verfehlt. Feuer. Ich kann dich da hinten nicht anwählen. Das ist schade. Und Schubs. Hauen. 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 Wurzeln. Brützel. 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 Und weg. 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 Drei mal verfehlt. Autsch. Hat Terek gerade echt Autsch gesagt? Nein. Du. Da. Kann schauen. Mann, Mann, Mann. Zauberpunkte alle. Zzzzzzzzz… Ich will mal schnell zurück zum Brunnen. Wurzeln. Wurzeln. Oh, warte mal. Nachtgegner irgendwo gespawnt vielleicht. Schaut nicht so aus, okay. Brunnen, brunnen, brunnen. Nichts geschieht. Ähm, anderer Brunnen. Buff 1. Die Trudenten haben wir noch nicht, oder? Ne, haben wir noch nicht. Klick. Alles blühen an. Hast du schon Schuhe an? Ja, 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 ja. Schuhe können weg. Amulett kann weg. Ring kann weg. Neuer Tag. Ich will eigentlich nur zu dem Brunnen, aber da sind schon Spinnen. Da sind bestimmt Gegner. Perrin, eure Männer wurden schon wieder beim Herumschnüffel an unserer Beute beobachtet. Bündnis hin und her. Wenn das noch einmal vorkommt, kostet das den Kopf. Ja. Schattenwald, da sind Wölfe. Ich würde ungern jetzt schon anfangen, Tränke zu brauchen. Das Spiel wird nicht einfacher werden. Wir werden jeden Trank brauchen. Weiß nichts. Was ist eine Spinne und zwei Wölfe. Ich glaube, wir müssen nachher noch mal schlafen. Also Essen kostet ja nicht so viel. Also ich glaube, sie haben es jetzt erhöht auf 60 Gold. Aber dafür können wir auch sechs mal schlafen. Und ein Trank allein ist ja schon 50 Gold. Also, ne? Schlafen ist immer besser als Tränke. Die Wölfe lassen wir mal in Ruhe. Fässchen. Pulsierende violette Flüssigkeit. Girogon. Widerstand gegen Primärmagie. Da hinten ist der Bund. Was? Die Spinne, die so geschrien hat? Hm. Geh weg. Au. Äh. Okay, Spinne und zwei Wölfe. Ja, komm. So, jetzt alle um uns rum. Alle anderen gezählt. Also, die müssen Schaden bekommen und die Spinne. Jo. Sehr gut. Dann spalte die. Brennen die. Wurzel. Au, 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 au. Witzel. Feuer. Wurzel. Witzel. Und weg. So, und du, heil sie bitte selber. Gift Heilung auf dich. Allgemein solltest du die beiden Zaubersprüche auch ruhig schon mal hier mit hinbringen. Die werden wir ja doch öfters brauchen, denke ich. So, jetzt Brunnen. Ja, okay. Und. Töten. Töten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Wunden schon mal. Du Wurzel, du Witzel, du Spal, du Feuer. Wenigstens den zwei, der vergiften kann. Das und das und das und brennen. Schon wieder stufenaufstieg? Nee, der ist richtig schnell hier. So, Brunnen. So, Brunnen. Verschmettern. Feuer. Wurzel. Yeah, wir wurden im Rear. Nee, ich glaube, das ist okay. 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 Okay.